Guten Morgen Leute, heute zeige ich euch ein neues Video, heute zeige ich euch mal einen ganz normalen Samstagmorgen bei mir, was ich da so mache. Da wollte ich euch mal mitnehmen, heute Morgen ist schon ein bisschen spät, es ist jetzt 8 Uhr, normalerweise fange ich eigentlich ein bisschen früher an. Viel Spaß beim Video. Wir werden jetzt erstmal eine Runde mit meinem Beetrack fahren. Die erste Fuche müsste wegfahren und danach die Pferdestelle einmal ausmessen. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020